Ladies and gentlemen, following next, die Genossen Fett. Rein optisch finde ich grenzwertig, aber die geben sich Mühe, jedenfalls audiovisuell. Jungs, viel Spaß, vielen Dank auch ans Einschalten und für die ganzen Shots und was ihr hier geschickt habt. Ich lese mir das alles mal in Ruhe durch nachher. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, vielen Dank, Mannische Dunkelbund, Artie Outbreak. Jungs, vielen Dank und bis ganz bald. Für euch gibt es jetzt die Genossen Fett. Viel Spaß. Gönnt euch. So, es geht schon, was da los. Die sogenannte Massenvernichtung. Heute die Vorband von Hähnchenteilen, Hähnchenküken, Chicken Nuggets, nennen sie, wie ihr es wollt. Viel Spaß, Johne. Und jetzt geht's. Jetzt geht's. Außerdem haben wir heute so ein schönes Glücksrad vorbereitet. Das wird gerade noch mal eingestellt. Feinjustage nennt man das. Und viel Spaß beim Vernichten. Spendet 10 Euro, tut uns was Schlechtes, tut allen anderen was Gutes und gebt Vollgas. Spendet 10 Euro. Spendet 10 Euro. Spendet 10 Euro. Musik Habt ihr eigentlich noch richtig Bock heute? Zeigt mir ein bisschen Liebe hier im Chat Ha, da war eine Maus So liebe Leute, bei den Genossen Fett gibt es eine kleine Änderung im Spenden-Label Ihr seht da ganz rechts hinten so ein kleines rundes Rad Wenn da dran gedreht wird, geht es Shot trichtern oder ein Special Ich hätte es nicht sagen dürfen, der Enno hat gleich losgelegt und hat euch 20 Euro gespendet Also zweimal drehen Jungs, wer möchte Ich opfere mich, Mario So Enno, danke für deine Spende Mal schauen, was es wird Ich wäre ja für Shot eigentlich Ja Robin, ich habe uns zweimal Trichtern erwürfelt Das ist schön Ist doch gut, und nochmal Nochmal zweimal Trichtern ist das nicht schön Und los Ach du Scheiße Wer von euch möchte denn den ersten Trichter sich gönnen? Der, der gedreht hat Alles klar Welches Gipfel soll ich dir reinmachen? Ja, unsere Assistentin weiß das Okay, dann übergebe ich mal an die Daniela Harry, was wird denn hier vorbereitet? Oh Jungs, der Pierre hat euch auch lieb und möchte noch, dass ihr noch einmal dreht Kommt, dreht mal Das krieg ich mal hin Wir müssen erstmal hier so ein bisschen Umbauen lassen Und justieren So, dann wollen wir mal Noch einmal Ach Mensch, ein Shot Bin ich ja fast beruhigt Maxi willst du gleich? Oh, trinken Oh, trinken Renn in die Olga Ja Gott sei Dank waren es vier Stück, gleich mal nachladen Da ihr ja noch Shots erwirrt, also erdreht, habt nenne ich es mal Welche wollt ihr denn? Wir haben ganz viele feine Sachen Erstmal anmachen Erstmal anmachen den Spaß hier Kirsch werden wir erstmal nehmen Ein bisschen zum runterkommen Oh kleine kleine Kirsche, mach ich dir Lecker Lecker Einwandfrei Genial Mehr fällt mir nicht ein Mehr fällt mir nicht ein Klar Ja Das macht mir nicht ein Scheiße, das war mir nach so einer Maske. Tja, Michel hat das gesehen und hat 10 Euro gespendet. Nochmal Dreh, bitte! Na geil! Robin, was wünschen wir uns? Na gut, er hört mich nicht. Und los! Zweimal dreht er Huch. Hat er gesagt, Huch! Und da kommt eigentlich jetzt erstmal der letzte von vorhin. Huch! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und los! Ja, zweimal Trichter! Du kriegst aber jetzt Drehverbot. Ich glaube, ich spinne. Tja, wenn man sich nicht darüber freut, dass man zweimal Trichter gedreht hat, wa? Ich bin schon wieder schwanger. Und ich glaube, es wird doch wieder ein Bier. Scheiße! Dreh, dass alle Foundaten! Dreh! B hungry! Was unterer? Bis zum nächsten Mal. Es geht schon wieder weiter. Ich weiß ja auch nicht, wer jetzt nächstes dran ist, aber ich glaube ich. Ich weiß ja auch nicht, wer jetzt geht. Bis einer fällt. Jetzt kommt der Drops. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Äh, na dann, let's, let's, wie oft? Einmal. Einmal, na dann drehen wir einmal. Ach man, nur ein Shot. Scheiße. Ach man, nur ein Shot. Scheiße. Ach man, nur ein Shot. Na ja, dann auf euch, ihr fleißigen Bienen. Prost. Ach man, nur ein Shot. Scheiße. Ach man, nur ein Shot. Scheiße. Ja, Jungs, es geht weiter. Enno sagt zweimal drehen, bitte. Enno, dafür bist du bekannt. Dafür bist du bekannt. Wer hat nochmal gespendet jetzt? Der Enno, um genau zu sein. Enno951. Du bist auch noch krank. Wir lieben dich. Ich warte noch kurz auf der Cam. Wollte ich einmal eine Pause machen? Und los. Und noch ein Shot. Ich hab's drauf. Ich hab's drauf, ey. Enno, das tut uns echt leid. Maxi hätte dir echt gerne drei Trichter geschenkt, aber... Geizkrachen. Das ist ein Geizkrachen. Cut. Vielen Dank. So meine Maus, ja. Nicht, dass du kalt wärst dir an deiner Schulter. Enno, auf dich, du Rabauke. Nicht, dass du kalt wärst dir an deiner Schulter. Ja, also diesmal ist in der Spende eine kleine Nachricht drin. Ich lese es am besten mal vor, das macht es sich einfacher. Maxi, du alte Suffschale, sollst dich mal zusammenreißen, dann schaffst du es nicht auf dem Berg. Du weißt, was ich meine. Und das Ganze kommt von Lerling. So, und dann kommt noch von DJ Pombeer noch ein Zehner. Also, ihr müsst schon wieder zweimal drehen. Das übernehme ich einfach mal, die ganze Sache hier. Was ich mir überhaupt eine Mische mit dir hergenommen habe. Also, trinke ich sie danach. Verstehe es auch nicht. Wer nimmt denn eine Mische mit zum Drehen? Weiß ich nicht. War blöd. Und los, ja. Es tut mir leid, das ist noch ein Dreitrichter für uns. Upsi. Und jetzt ganz nach dem Motto, Cantina Band, spiel den selben Song nochmal, drehen wir einfach nochmal. Gott sei Dank, noch ein Drechter. Das ist ja dann ausgeglichen. Scheiße. Haha, vier Stück. Wir lieben euch trotzdem. Das ist vernünftige Deutsch. Ja, Assis. Das ist vernünftige Deutsch. Dankeschön, wir sind die Cantina Band. Wenn ihr Songwitsch habt, ruft sie einfach. Als hätte ich sie gesagt. Wir sind die Cantina Band. Wir sind die Cantina Band. Wenn ihr noch Saufwünsche habt, spendet die gleiche Summe nochmal. Wir sind die Cantina Band. 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 Einmal. Wir sind die Cantina Band. 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 So, ihr Hunde, ihr habt jetzt noch ungefähr 20 Minuten, sagen wir mal 18 Minuten, um uns komplett aus dem Universum zu schießen, wie sagt ihr oben, ne andere Richtung, da oben steht es, da, da, da steht es, da, 10 Euro fürs Glücksrad und wenn ihr das spendet, dann drehen wir mal eine Runde für euch. Also, Jungs, also ich weiß nicht, was mit euren Fans los ist, aber sie möchten euch töten. Wir haben eine übelste Spende und zwar Martin hat 80 Euro gespendet, bedeutet 8 mal drehen, Jungs. Maxi sagt Danke an Gaming Squad. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, das ist einfach mal eine Top-Spende bis jetzt, die höchste des Abends. Naja, na freilich. Dann machen wir das, Maxi macht das, ich mache den Überjang und danach muss ich mal pinkeln, aber ganz doll. MDR 2018 MDR 2018 MDR 2018 MDR 2019 Acht mal drehen jetzt, oder was? Eins. 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 Zwei. Eins. Einen Trächter. Robin, du machst weiter. Ich bin bei zwei. Eins. Einen Trächter. Alles easy. Ich muss nur mal ganz schnell pinkeln. Er drückt die Hand. Robin, den nehmst du jetzt noch mit? Den nehm ich noch mit. Den schaffe ich gleich weg. Nehmt bei noch drei. Jungs, zu euren Füßen steht ein Eimer. Nehmt den einfach als Pinkelgefäß. Ich verstehe kein Wort. Euren Füßen steht schon ein Eimer. Der ist extra zum Pullern da. Wir haben schon mit viel trinken gerechnet. Noch zwei Mal Trichter. Ich finde das alles toll hier. Wollte drei. Jetzt ist alles abgebrochen. Justin, du Affe. Drei, vier. Das gleiche Hunde hier mal pinkeln. Noch ein Shot. Fünf. War ein Fehler. Ich weiß es jetzt schon. Ja, dreimal Trichter. Yeah. Wo war ich jetzt? Fünf. Sechs. 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 Shot. Sieben. Ten-Paket für Martin. Wuhu. Und acht. Los. Geil. Zweimal Trichter. Ich bin nicht gut. Dein. Sitze. Himself. Setzen. Du nehm. Es gibt viele. Du nehm. Du nehm. Ich bin ja sintoniden. Sie haben ein Schatz. Ich bin ja nichts. In der Valle der Valle der Valle der Valle der Valle der Valle der Valle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir nochmal zurückspulen, ich habe den Rest verpasst. War ein Spaß, ich habe gehört. Das war jetzt ein von acht Brichtern. Das heißt, noch sieben wird dich, Maxi. War schön mit euch. War schön mit euch. Untertitelung des ZDF, 2020 Hey Jungs, ich will euch nicht ärgern, aber es geht weiter Und zwar, weitere Spenden sind eingegangen von Paulini 20 Euro bedeutet zweimal drehen Und von Philipp, der hat auch schon wieder 10 Euro gespendet Was nochmal spenden jetzt? Ja, einmal 20 Euro Das Sani steht vorne, oder? 20 Euro von Pauline, 10 Euro von Philipp Macht dreimal drehen, Jungs Langsam reicht, das ist mal Realtalk Macht sie platt! Das tut mir leid, ich kann, ich will nicht lachen, aber ich muss lachen Wenn man zu viele Schmerzen erlebt, muss man lachen Höidelberg, ich kann, ich will nicht lachen, aber ich kann, ich will nicht lachen, ich bin Deus Ich rufe mich erst mal kurz aus. Ihr seid krank, was anderes hält man dazu nicht ein. So, jetzt seht ihr unsere schmale Natter namens Maximilian. Doppelsprint beim Trichtern, das ist olympisch. Ich rufe mich erst mal kurz aus. Ich rufe mich erst mal kurz aus. Ich rufe mich erst mal kurz aus. So, wie oft müssen wir jetzt eigentlich noch drehen? Noch dreimal. Scheiße. Das ist doch nix. Maximal neun Shots. Oder du bist schon hier die schleunchen Trichter. Jetzt mal kurz gefasst. Wie viele Trichter haben wir eigentlich noch offen? Offene Trichter. Moment, ich zähle nach. Es sind noch zwei Trichter offen und dreimal drehen. Ach, na geil. Na schön. Ich freue mich. Super. Bis gleich. Und bis morgen. Tschüss. Gehst die Shots nicht neben euch? Atemmaschinen durch deine Kiemkollege. Ich muss erst mal klarkommen, ja. Aber du brauchst keine Angst haben. Ich werde mit euch dann eine Mission machen. Du siehst es auf dem Tisch. Wir echsen was normales. Ich bin sechs. Jetzt hab ich payment rein auf dem Tisch. Bitte halten sich hinein. 200ружENaders suppono. Lasst keine Entdeckung. in dieser Welt. Ja, keine Entdeckung nach dem Tisch. An accidents screenshot Promise24 wäre eine Notischte nouveaux. Die Kiemkollege macht ihren nationalistischenxit. Nachanz ust.. Du kenn� York oder Points? Es tut mir leid, ich finde es einfach zu köstlich. Dein Vater hat 10 Euro gespendet. Das nenne ich Familienzusammenhalt. Wenn selbst der Vater sagt, er möchte seinen Sohn am Boden sehen. Gar kein Problem, das könnt ihr alle haben. Ihr seid krank, aber geil, ihr seid krank, aber hauptsächlich krank. Also ich aktualisiere nochmal für dich. Es ist noch offen. Fünfmal drehen, weil dein Bruder hat gesagt, vier klingt kacke, fünf ist besser. Der letzte Trichter ist auf dem Weg zu euch und dann sind noch die schönen Shots neben euch. Ihr packt das, Männer. Ich bin stolz auf euch. Ganz ehrlich, ich hoffe, euch jetzt hat euch gut. Ich habe Kümmerle Mainz geguckt, das ist Sadismus. Also ihr seid alle Sadisten. Didn't Das 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 war's für heute. So was Blödes, aber auch unser Stream ist ja in drei Minuten vorbei, wir verbleiben dann. Ich habe eine Idee, ich bringe euch eine Drehfee, vielleicht bringt ihr euch Glück. Eine Drehfee? Wir haben aber trotzdem nur noch drei Minuten. Die Drehfee packt das. So, und da kommt auch schon die Drehfee für euch. Meine Assistentin. Daniela, bring ihnen Glück. Okay, also die Drehfee war nix für euch, das macht fünf Trichter und nen Shot, aber kommt, dann sind es endlich vier Shots und nicht mehr drei. Ja, das war's für euch. So. So. Hat jetzt eigentlich irgendeiner von euch Ochsen mitgezählt, was ihr uns hier angetan habt. So. So. Sprachlos. Maxi, ich liege noch mit drei Trichtern vorne. Ich liege noch mit drei Trichtern vorne. Heute nach, hat er gesagt. Maxi ist dran, da liegt noch drei hinterher. Gleich. Ich muss erst mal atmen. Die Regie meint ihr gerade, die ganzen Schnäpse, die hier noch stehen, die geht auf die Regie. Was? Warum? Hat mir am Vögelein gezwitschert. Hier ist es. Aber es tut mir leid, dir diese Nachricht zu überbringen, aber ihr müsst noch, ihr müsst noch einmal drehen. Philipp möchte das. Pass auf, ich mach's einfach. Für Philipp. Ich übernehme das für Philipp und sage, wir achten nachher auf der Couch was Alkoholfreies. Das ist einfach nur auf Zeit. Verlierer trinkt einen Schnaps. Deine Schnäpse warten. Trichter. Maxi ist dran. Der macht die Zweier. Es tut mir so leid. Es geht weiter und weiter. Vanessa hat noch gespendet einen Zehner und bedeutet einmal drehen. Und einmal eure Lieblings-Joe hat auch noch einen Zehner gespendet. Das heißt, wir drehen daran noch zweimal an der Casting-Couch. Und ich trinke mit euch. Ja, gut, dann bin ich wieder wach. Ihr seid der Wahnsinn. Das ist ja nur spendet, damit wir saufen und wir unseren Alkohol-Konsum verstecken können. In der Weihnachtsbäckerei. Habt ihr wahnsinnig gut gemacht. Brauchen wir nicht Schokolade, Honig, Nüsse und Zutaten? Und ein bisschen Zimt? Das stimmt. Danke. Butter, Mehl und Milch verrühren. Zwischendurch einmal probieren. Und dann kommt das Ei. Zau! Vorbei! In der Weihnachtsbäckerei. Gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Milch eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Ihr seid gestört. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Ihr seid gestört. Wir sind! Sagt ihr bescheiden, wenn ihr fertig seid? Also ich bin soweit, bringt die Shots erstmal mit, wir haben ja eine Mission schon, in der Zeit kommt das Drehrad über die Jungs hier her, also lasst ihn auslaufen, kommt her. Lass mal auslaufen, er kommt ein. Gibt es manche Leckerei, zwischen Mehl und Milch, macht so mancher Milch eine riesengroße Leckerei, in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Gibt es manche Leckerei, zwischen Mehl und Milch, macht so mancher Milch eine riesengroße Leckerei. Bringt ein Möhrgum mit. Immer einer muss. Ich kann mich eigentlich nicht hinsetzen, ey, das ist... Die ist schön weich, oder? Die ist dolle weich. Heute mal entspannteres Stream, war doch geil, oder? Sachen, die, die zwischendurch mal pullern waren. Naja, man muss es ja hin, das ist doch... Entspannt, eins, zwei Schläuche. So, wollen wir erstmal zugunsten des Ankunfts des Drehrades einen Shot vernichten. Ihr kommt, ey, ich saufe alle Beete, ihr sauft jeder hin. Ich kann mich ja nicht nochmal nach vorne beuchen, dass es mir euch was wehtut. Warte, ihr gebt ja das. Jetzt bin ich doch Kumpel, wie es sagt. Guten Morgen. Bisschen Kontinents hier. Und los. Warte mal, ich hab Angst, ich bin ehrlich. Ich bin so schmerzfrei, aber ich hab grad Angst. Nee, Jungs, wir machen das zusammen. Ich leide mit euch, weil ich weiß nicht, was mit euren Films los ist. Wo ist denn der Eimer? Aber entweder lieben sie euch so extrem oder sie hassen euch so sehr. Ich weiß es nicht. Das ist so ein Mischding, das ist so eine Hassliebe. Ha, folgst. Kohle, das ist schön privat. Kennt ihr nicht mehr, zweite Klasse. Frau Kaul, ich war dabei. Zicke, zicke. Und los. Tschüss. Mh, das war ja richtig lecker. Das ist ja zuckerleckig hier bei euch. Ruchtig. So, dann möchte ich mal kurz nach vorne gucken. Liso ist fertig, oder? Ihr wählt euch jetzt hier mal eine Drehfehler. Wollen wir einfach mal Liso drehen lassen? Ja, los. Liso, drehen wir mal. Ey, ja, auf jeden Fall. Ey, Hübsches, drehst du für uns? Die Jungs haben noch Dreher offen. Warte mal, wie viele waren es denn noch? Drei, ne? Nee, nee, einer, oder? Also maximal. Nee, wir müssen den Spenden nachgehen. Das sind eure Fans, wir dürfen jetzt niemanden nennen. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es drei Dreher. Bitte, bitte. Shot oder Fanpaket jetzt mehr? Dreimal Fanpaket kannst du machen. Ah, einer, gut. Den kann ich so gleich mal drehen. So, noch mal drehen. So, wenn du den Trichter nehmen, oder? Ja, noch zweimal musst du drehen. Du drehst gerade für dich, das weißt du. Fanpaket. Das ist Fanpaket. Ja, Regie, guck mal, wer den kriegt. Das müsste, wenn ich jetzt richtig liege, die Vanessa sein. Sie war die zweite Spender und jetzt kommt Joe. Oh, da kommen drei Trichter, ich habe Bock. Oh, knapp. Shot. Also wir brauchen hier... Nee, also, wenn dann den Trichter, Robin, oder? Nein, einen Shot. Also den Trichter, du kannst ja nicht trichtern, meines welches. Okay, also, an meine lieben Assistenten, wir brauchen hier noch einen Trichter und einen Kirschschott. Aber trotzdem, wir wollen noch sagen, den Höchstspender ermitteln wir trotzdem noch und der kriegt trotzdem noch ein Fanpaket. Der ist schon ermittelt, das war diese 80-Euro-Bombe, die ihr euch jetzt hier zum Niederknien gebracht hat. Und das zweite Fanpaket... Wir sind doch total fit, was ist denn los hier? Ich könnte noch Auto fahren jetzt, ihr habt die Schnauze voll. Hut ab. Und das zweite Fanpaket, das weiß ich, weil ich jetzt die letzten drei Spenden noch im Kopf habe, war die Vanessa. Dann machen wir das so. So, aber Jungs, ihr wisst, das Autogramm ist fällig. Das mache ich, ja. Komm, er macht die Schrift, du den Strich. Was ist so ein Strich? Naja, in der Autogramm braucht es so ein... Los. Achso, so ein Verrunkel. Genau, so ein Verrunkel unten dran. So ein Klabusterbärchen. Ne, Bällchen. Du kannst erst noch deinen Trichter hier wegziehen, du Ochse. Und los, und naja, hier ist der Eimer. Da wird dann alles gedacht, ich finde das geil, ja. Also ich bin fertig, wie sieht es bei dir aus? Ja, er ist auch fertig. Ja, na, den Shot kriegt er noch. Das ist Fakt. Na, hier, MC Autogramm, der sich gerade vom Trichter gedrückt hat, kriegt seinen Shot. Ja, hier muss der Eimer auf der Lette. Schön wieder pinkeln. Ja. Junge, sag mal, hast du hier Durchlauf Richtung Blase? Das ist nicht einfach mit Übergewicht. Das ist, also eigentlich wollte ich ja noch mit euch das Wasser exen, aber wenn ihr hier nichts vertragt, weil das sofort in der Blase landet, ich glaube, dann machen wir das Wasser exen auf Toilette und in der Zeit macht Liso Mucke. Finde ich einen Plan. Aber guck mal, der ist schon wieder nur hier am WhatsApp, Instagram, Snapchat, ne? Ja, ja. So ist das als erfolgreicher DJ. Da hat man halt nur zu tun. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. So, ich trinke jetzt noch meinen Schnaps und ich würde sagen, dann ist es Zeit für Liso. Ein bisschen hier die Helme wegknallen. Ich bin stolz auf euch. Ja, ich bin auch stolz auf mich, aber es tut echt weh. Ach, da ist die Kamera. Macht's gut. Es war schön mit mir. Also mit euch. Ciao.